Oha, der war krass, Alter. Der hat echt reingehauen. Kommt mal hier zurück, Freunde. Guck mal hier. Von den Bobcats, ja, ich erinnere mich. Und kichert vor sich hin. Du hast ihm so toll geholfen, da habe ich mich gefragt, ob du noch ein verlorenes ganz Mörderküken suchen könntest. Hm? Ich muss meine Manikur kanceln, doch. Ich habe es geholfen. Bozzy ging zum Soundstage 5, um zu spüren, was ein Filmstudent überrascht war. Er brachte den Rest von uns in Tränen, aber Boz hat alles über ihn gefühlt. Nichts schlimmer als ein Amateur-Enthusiast. Er hat gesagt, er war in der letzten Zeit, als er in den Insel geholfen hat. Er war ein bisschen schrecklich. Das bedeutet, er ist wahrscheinlich in viel mehr Trouble, als er anmitte. Ich nehme einen Blick. So, neue Nebenquest. Boss lässt es krachen. Alright, dann gucken wir mal. Okay, wir müssen wieder in die Studios. Ich bin froh, dass es echt diese Schnellreisen gibt, ne? So, da sind wir in die anderen Tröten. Na ihr Tröten. Achso, wie sieht es denn eigentlich aus? Äh, warte mal. Abbruch. Ich glaube nicht, dass du dich selbst mit mir mit einem Stranger nennen musst. Okay. Suche in Soundstage 5. Schon wie alles voll Zombies, Alter. Die werden ja, das wird ja auch nicht weniger, ne? Das wird ja auch nicht weniger. Guck mal hier. Ja, zum Beispiel. Bye, bye. Bye, bye. Explodiert einfach irgendwann. Oh nein. Bruder, warte mal. Ich muss hier irgendwo durch. Äh, ich muss hier mal. Ah. Ja, irgendwann hast du nur noch diese Kackviecher, ne? Die einen streiten rum, die anderen explodieren, keine Ahnung. Okay, Nummer 5. Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Zerlege Zombies, bis es sicher genug ist. Aha. Schon wieder? Okay. Junge, voller Schlachtfeld. Sind die und Digge dabei? Ja, da ist ein Digga. Den muss ich gleich mal... Den muss ich gleich mal wegholen. Alter, ich habe gar keine Muni mehr. Okay, der Digge ist schon mal weg. Irgendwas, irgendwas ist hier los, Alter. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich hier dauernd... Irgendwie aufs Maul bekommen. Hat er mitgenommen? Ja. Da haben wir hier genommen. Äh. Das war's schon? Hilft Bossy dabei, seine... Wat? Irgendwas soll ich machen. Alter, ich habe 5 Schuss. Wieso habe ich nur noch... ... 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 Hätte ich mal drücken sollen, Alter. Als es hier, ne? Als ich es gebraucht habe, ey. Kann man das nicht mehr? Kann man nur einmal drücken, oder was? Ich dachte, es setzt sich wieder zurück. Hallo. Genau, da müsste er durch. Oh, noch einer. Hallo. Oh, noch einer. Ne, geht immer noch nicht. Geht immer noch nicht. Was ist da? Oh, geil. Hier gibt's Zeug. Ich bin zu blöd dafür, alter. Ich glaube, ich muss sie erst mal trainen, alter. Oh Gott. Dass sie alle irgendwie da vorne stehen, ne? Ach so, das sind verschiedene Seiten, verstehe. Verstehe. Da ist ein Renner. Also, die Renner sind ganz, ganz scheiße. Der ist reloaded hier, oder was? Habe ich das richtig verstanden? Junge. Ich könnte doch Raserei machen, ne? Dann wäre die Sache hier ein bisschen schneller, glaube ich, abgewickelt. Aber geht ja so. Wie viel kommen denn hier noch, alter? Set off the right side mortars at will, Sarge. Yo, 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 yo. Total fertig, die Leute hier. Halt. Halt, stopp. Ich muss mal ein bisschen ein paar, ich muss mal ein paar Runden drehen hier. Okay. Oh Gott. Oh, schnell weg. Alter Schwede. Alter Verwalter, Junge. Immer noch nicht fertig? Junge, das gibt's doch nicht, ey. Oha. Der war krass, alter. Der hat echt reingehauen. Kommt mal hier zurück, Freunde. Ja, genau. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Geht schon. Geht schon. So. Vorsicht. Boah, alter. Hier geht einfach mal alles hoch. Okay, the left mortar is reloaded. Ja, aber ich glaub, das war's, ne? Oder? Das ist echt komplett, komplett irre. Komplett irre, alter. So, ich versuch, die mal ein bisschen zu trainen, alter. Weil ansonsten werde ich das nicht schaffen. Wenn hier so viel sind. Dass ich die alle auf einmal wegkloppe. Und jetzt versuch ich die... Oh, da ist noch ein Digga. Oh, komm schon. Oh, das ist noch ein Digga. Das ist noch ein Digga, Sarge. Nein! Alter. Alter Schwede. So, jetzt sind noch mal zwei Digga dazugekommen. Uah. Oh, ein Hammer. Da gab's irgendwie so einen krassen Hammer noch, alter. Komm mal ran hier. Ich mach jetzt schon mal. Ääää. Ui. Uiuiui. Das hört gar nicht mehr auf. Wann hört denn das wieder auf? Die sind alle noch nicht aktiv, ne? Okay, die linken sind wieder da. Die linken. Ich muss sie ein bisschen trainen, Alter. Der eine ist natürlich ein bisschen schneller als der andere. Der in der Mitte ist ready, oder was? Manchmal drücke ich einfach den falschen Knopf, ey. Oh, schon wieder einer, Alter. Jetzt kommen doch die Dingen. Die Spucker. Kommt mal hier, kommt mal hier rüber, Freunde. Kommt mal hier. Hier so. Oh, was spucken die denn da, Alter? Die spucken so Dinger, die explodieren. Also wenn jetzt nochmal welche kommen, also jetzt müsste ja langsam mal gut sein, ey. Kommt schon wieder welche. Krass aus. Kann man hier schon mal die ganzen Sachen einsammeln, ey. Da kommen schon wieder welche, ey. Hier liegt so viel Zeug rum, das ist ja absoluter Wahnsinn, ey. Ich finde, er genügt dich. Bruder, was soll ich denn hier noch machen, ey? Ich mache das seit 10 Minuten. Jagge ich diese Typen in die Luft. Okay, der leften Mortar ist reloaded. Oh, komm. The ones along the barbed wire are good to go. Careful. Oh, Gott, Alter. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe es endlich gepackt, ey. Das gibt es doch nicht. Ich lad mal den schnell nach hier. Großkaliber. Aha. Sind alle nachgeladen, ne? Der ist echt abgefahren. Yes. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den ganzen Kram hier noch einsammeln, den wir noch nicht haben. Weil hier gab es ja einiges. Ich meine, so viele Gegner, wie ich hier gekillt habe. Ah, die habe ich hier vorne eigentlich gekillt, ne? Musste eigentlich hier alles liegen. Abgefahren. So. Äh, ja. Jetzt soll ich mit dem Typen quatschen hier? Hannah meint, du wärst amtlich und sie hatten recht. Verdammt, saubere Arbeit. Ich habe sicherlich meine Schritte in den Tag. Und du hast mir genug Zeit, um das Spaghetti-Wire zu machen, um diese Spaghetti-Wire zu hier. Neue Toys, die wir mit spielen spielen. Neue Ideen, neue Erkenntnisse. Einiges davon könnten wir nutzen. Ich habe eine Idee, wie man deine Waffen aufmatzen könnte. Aufpeppen ist immer gut, danke dir. Kommst du allein zurück? Oh, ja. Und die Venice-Kanale werden viel mehr gefährlich für die Todes, als ich zurückgekommen bin. All right, Nebenkirchen ist abgeschlossen. Bose lässt es krachen. Ja, das war wirklich, das war wirklich. Neues Hofgeschoss, Militärgranate. Geil. Das war wirklich krass, Alter. Das war wirklich krass, Alter. Das war wirklich krass. Vielen Dank.